Musik Ja hey, gestern haben wir in Hamburg gespielt. Jetzt gehen wir gleich frühstücken und dann geht's heute nach Rügen. Kommt mal mit. Das ist der Philly-Ball, der macht immer die coolen Fotos von uns. Hey Leute, wir sind hier gerade in Hamburg losgefahren. Wir fahren gleich auf Rügen. Wir sind mega gespannt, wie's dort ist. Wir waren noch nie auf Rügen und freuen uns auf heute Abend. Wir hoffen, das Wetter spielt mit. Phil, was meinst du so? Es soll heute Morgen sein, aber kein Regen immerhin. Ja, dann läuft's. Also, bis später. So, schau mal hier drüben fahren unsere Bros. Rügen, wir kommen! Rügen, wir kommen! Hey, hier spielen wir heute. Auf Rügen bin's. Hallo! Hey, hallo, grüß dich zurück! Wir haben uns schon vom Festland kennengelernt. Wir sind jetzt hier auf der Insel zusammen und die Jungs stehen hier auch im Umfeld und so. Perfekt! Ey! Hallo! Wir waren gestern in Binz und sind fertig mit der Festivaltour mit dem Sommer und mit der Welt. der Sonntour von uns. Wir fahren jetzt gleich zurück. Machen noch einen kleinen Abstecher ins größte europäische Musik. Das ist größte europäische Musik. Meinst du, das interessiert niemanden? Nö, Toman! Mega! Im Musikerhimmel ist es! Ja, genau. Ja. Freude uns einfach hindern. Jetzt sind wir einmal bei Toman im Musikerhimmel und mit dem Triffmann. Voll gut. Wir sind hier gerade im Musik-Store-Toman. Ach, im Musik-Store-Toman. Scheiße. Musik-Store-Toman. Der Dani ist schon gerade ein bisschen versuchtet. Ja, ohne Witz. Er hat nichts davon in der Hand. Die sieht voll geil aus und die klingt voll gut eigentlich. Ja, wir sind gerade Backstage bei Toman in der Gitarrenabteilung. In der Reparatur und Umbau. Zweigstelle. Doch dann seh' ich das Leben Und dann bleibest du uns Ja, dort stehst du Zeigst mir den Weg Aber mit jedem Schritt In eine Richtung In einem kleinen Kanton Anzug 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 Es muss weiter gehen Nee. Mega fertig. Mega gut. Oskar, die dritte Runde war jetzt ausgeschieden. Hallo Leute. Eigentlich wollten wir nach der Tour hier. In Urlaub. Haben uns aber jetzt doch hier im Toman verlaufen. Und der Dani hat sich eine Cajambe gekauft. Wir wollten nur schauen. Wir wollten nur schauen. Und ich eine mega geile Gitarre. First Gibson. Und jetzt müssen wir euch leider mitteilen Der Urlaub ist gecancelt. Kein Urlaub, aber dafür ein geiler Instrument. Wir bleiben jetzt daheim.